Lärm ist gefährlich. Danke, ich weiß. Ich hab schon mal ein Amnesia-Spiel gespielt. Eine Gasgranate. Ja, ich weiß, dass du das hörst. Du gibst mir das ja. Gut genug zu verstehen. Das war eine Kugel. Ich hoffe ein bisschen schon, dass mich das Licht ewig schützen wird, tatsächlich. Ja, bitte. Let's go. So, Clemens Seiner ist zu. Travis Seiner ist zu. Steadford. Das war doch sie, ne? 9236. 9236. Hallöchen. Hallo, mein Haar hier. So, das heißt, die kann man alle, wenn ich die Texte finde, aufmachen. Okay. Ja, ich mach's. Ich mach die Sounds ja schon lauter. Ihr habt mich ja überzeugt. Herr Pekki, wie geht's dir? Hashi, wie geht's dir? Ich hoffe, euch geht's gut. Das hoffen wir alle. Du alte Schrapnelle, du. Sounds lauter, das seh ich nicht. Du hast hier einen Sonnenstich geholt? Oh nein. Warum tust du denn sowas? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Achso. Ah. Das wird noch mein Ton sein. Tot sein. Ansonsten läuft. Das ist sehr schön. Okay. Da ist Prison. Das Ding ist, wir wollen aber natürlich zuerst wieder Richtung Weinkeller. Ich schwör's dir, wenn das Vieh... Irgendwann... Ich hab den Satz vergessen, den ich sagen wollte. Ich wollte ins Arsenal. So viel steht fest. Bisschen Zeit hab ich noch. Hab ein Bier hier und genieße das. Genieße es weiterhin. Bitte. Ich bitte darum. Irgendwann wird sowieso völlig random der Strom ausfallen. Huch. Beruhigen Sie sich. Ja, genau, genau, genau das. Genau das, Wolferus. Wenn das irgendwann mal einfach random meint, da reinlaufen zu müssen. Hier ist es ungewöhnlich hell. Ich schwör's euch, wenn ich hier für jeden einzelnen Bereich einen einzelnen Generatorraum hab, ne? Krieg ich die Kretze? Was war denn das? Hab ich was verpasst? Bisher noch nicht viel. Tatsächlich. Es ist aber auch bisher tatsächlich noch nicht so viel passiert, dass ich jetzt großartig erzählen könnte, was passiert wäre. So bescheuert das klingen mag. Wir haben auf jeden Fall schon direkt unsere ersten Anspielungen auf die Teile zuvor. Also die zeittechnischen oder dieselben Umstände. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Ja. Gut, jetzt wissen wir auch, wofür wir das Fleisch brauchen. Weil ich glaube, die Viecher wollen gleich mal eine Runde an mir knammern, wenn ihr mich fragt. Oh nee, Digga. Die sind blind, oder? Nein. Oh Gott, es will. Nein, ich stehe auf der Kiste, lass mich in Ruhe. Ja, aber wirklich. Okay, lass mich raten, das Blut lockt die Ratten an. Uh, haha, es lockt wirklich die Ratte an. Das ist ein Riesenproblem. Das ist... Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Also Schatz, um deine Frage zu beantworten, es gibt nicht mehr die typischen Ängste in der Dunkelheit. Zumindest weil ich es nicht gesehen habe. Ähm, die Tentakel, die sich am Rande bilden, die schwarzen, die wurden schriftlich schon erwähnt. Äh, die römischen Tunneln, die wir in Rebirth gesehen haben, wurden schon schriftlich erwähnt. Und hier dieses, dieses, dieses rote Substanz, die, wie hieß die nochmal, die wurde auch schon so oder so ähnlich erwähnt. Also wir haben schon direkt am Anfang unsere ersten Lore-Hinweise auf die Teile zuvor. So ist es nicht. Ähm. Das wird schwierig mit den Ratten. Ich glaube, vor dem großen Scheißer komme ich eher weg als vor den kleinen, so wie die mir hinterher gerannt sind, oder? Das ist ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen, ähm, äh... Das ist ein bisschen scheiße. Toll, jetzt blute ich schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Oh. Und ziemlich heftig, so wie es aussieht. Goddammit. Giftgas, ha? Zwei Schuss habe ich. Wieso haben die nicht angegriffen? Ich würde mal behaupten, weil die Hunger haben. Ah, und die Karte da unten sehe... Also ich habe gesehen, wo die Karte ist. Das Problem ist, an die Karte kam ich noch nicht ran. Pass mal auf. Ich lass... Die Kraternähte nehme ich mit. Das Fleisch nehme ich mit. Wir machen den Strom wieder an. Und ich werde mal... Ich werde mal komplett durchrennen. Und einfach mal schauen. Falsche Richtung. Mal einfach mal schauen, wie sich das Vieh anlockt. Oder? Oder? Guck mal, da ist er. Habe ich ein menschliches Herz in der Hand? Hör! 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 Oh! Alle Raubtiere achten während der Jagd auf Geräusche. Wenn sie töten wollen, hören sie genau hin. Und wenn sie überleben wollen, seien sie um Gottes Willen still. Hör! Hoppala! Ich würde mal behaupten, Sprinten ist eigentlich so keine gute Idee. Außer wenn ich wirklich... Guck mal, behindertengerecht. Außer wenn ich wirklich von weglaufen müsste. Das Interessante ist, es mag wohl kein Licht. Aber wenn es draußen ist, flackern die Lichter. ... Dass der hier so einen blöden Ladepunkt hat, der dafür sorgt, dass es so einen kleinen Framespike gibt, finde ich ein bisschen unangenehm. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, ob der mich sieht oder ob der auch blind ist. Blut ich immer noch? Ja, ne? Errungenschaft freigeschaltet, Bekanntschaft gemacht. Nice! Dankeschön, Spiel! Ich wollte eigentlich nur schauen, ob ich die Tür aufsprengen kann. Gibt's ein Quick-Safe, dass ich schneller anmachen kann? Ich hätte die Granate gern wieder. Aber die Ratten sind weg, ne? Das heißt, nur wenn ich... ...zu viel Blut bekommen die, oder... ...%$%& ...%$%& ...%$%& ...%$%& wenn es durch so kleine Löcher kommt. Nein, ich meine, solange die Schultern durchpassen, passt der ganze Körper drüber. Bin ich das nicht auf Räumerschub, aber, Henry, wenn du auf Räumerschub auf allen Vieren so durch die Wohnung läufst, rufe ich einen Exorzisten. Aber so einen der Brutalen aus Südafrika. Oder besser gesagt, hier aus Mittelafrika, so aus dem Kongo. Aber du bist nicht gläubig. Dann, dann glaube ich an alles. Dann, 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 dann gehe ich zu den Zeugen Jehovas, die jetzt am Wochenende bei mir geklingelt haben. Also, dunkel ist hier echt scheiße dunkel, ne? Also, dunkel ist dunkel. So, hier sind halt auch tote Ratten, ne? Dossier. Ohne. Lebensweit heißt mit, Tobi. Dunkel ist dunkel. Ja! Ja! Im Dunkeln ist gut munkeln, hat mein Vater immer gesagt. Dass es hier überall diese Sprengfallen gibt, macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. Stock. Mich nervt das, dass, dass der nicht, dass, dass, das Pokémon Community Game, oder muss ich es klein schreiben? Ach, nein, warte mal. Lol. Ich bin halt auch einfach nur dämlich, ne? Halt, Stock! Jetzt rede ich. Ach, da ist das Dynamit, was wir brauchen. Ah, scheiße! Ich habe eben gerade noch die Falle gesehen. Er ist ganz schön viel Gas. Hallo, ich bin Tom. Ja, aber wirklich. Jetzt habe ich nur noch diesen feuchten Lappen da mit drin, ne? Ein Stück Holz. Ich habe eine Fackel gemacht. Zünd mir jetzt ein Feuerzeug an. Zum Benutzen ist ein Feuerzeug erforderlich. Ergässt, das Feuerzeug kommt hier oben mit in die Leiste. Aber, ah, der Revolver und die Taschenuhr nehmen halt auch Platz weg. Apropos Taschenuhr. Okay. Hört das Gas eigentlich auch irgendwann wieder auf? Ich frage für einen Freund. Sonst sitze ich hier gleich im Dunkeln. Oh, ein Stein! Wie schwer ist dieser Stein? Das Gas hat genau jetzt, glaube ich, aufgehört. Sehr wahrscheinlich. Karte. Diese Unterkarte wurde der Hauptkarte im Verwaltungsbüro hinzugefügt. Nice! So, wir haben den Lagerbereich 10... Ja, war zu erwarten! Ich glaube, das hat gesehen, wie ich geblutet habe. Malhaus 1914. Ein paar Tage vor dem Rückzug. Ich war von Stacheldraht in Schlamm umgeben und direkt vor mir blickte ich einen Deutschen. Ich wusste, dass ich ein Geräusch verursachen musste, um ihn abzulenken. Also schlappte ich mir eine alte Weinflasche und warf sie. Dieses Klirren, herrlich. Der Deutsche fiel drauf rein und ich erwischte ihn. Das erinnert mich so an Isolation. Ich lieb's. Ich weiß aber nicht, ob Kollege Schnürschuh hier genauso gut lernt. Ich sag's dir, wie es ist. So, die Ratten sind ja anscheinend weg und ich darf mir die Karte jetzt halt nochmal holen, ne? Das heißt, ich muss regelmäßig dran denken, zu speichern. Fick doch die Scheiße, Alter. Ich hoffe, diese dämlichen Ratten sind jetzt weg. Okay, ich muss halt brutal darauf aufpassen, dass ich kein Damage krieg. Dass mich die Ratten A nicht kriegen und B natürlich der, 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 der Ochse auch nicht. Der süße Doggo. Hat unser Monsterlein einen Namen? Ich hab ihm eben gerade einen Namen genannt, aber ich hab ihn mir nicht gemerkt. Hugo. Henriette. Uwe. Ähm. Dörte. Dörte Sanchez. Hans. Seht ihr ihn da rechts im Türrahmen? Klaus wegen den Klauen? Oh mein Gott! Du dummer Arsch! Alle Raubtiere achten während der Jagd auf Geräusche. Wenn sie töten wollen, hören sie genau hin. Und wenn sie überleben wollen, seien sie um Gottes Willen still. Echt ne blöde Ecke, ja. Tobi, nur weil du ihn nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass er dich nicht sehen kann. Bist du dir da sicher? Hat vorher auch immer funktioniert. Ich wichs dem ins Gesicht, wenn er gleich nochmal kommt. Ich sollte nicht, nicht sprinten. Ich, PENG 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 voll in die Fresse. Ich will eigentlich gar keine Munition benutzen, aber PENG PENG voll in die Fresse. Ich hab das Fleisch nicht wieder zurückgebracht, ne? Ist die Frage. Machen wir jetzt mal PENG PENG voll in die Fresse, oder? Wisst ihr, wovor ich Angst hab, dass der das Ticken meiner Uhr hört? Jetzt mal ohne Scheiß. Dann pack die Uhr weg, hab ich noch. PENG PENG voll in die Fresse, du Arschloch! Okay, jetzt reicht es zumindest zum Wegrennen. Ich hoffe, die sind deine Fenster zu. Ich glaub, das eine Fenster ist auf. No, der arme Doggo, du hast ihm wehgetan. Es ist mir egal. Das hat der gehört, wie ich diesen Stein aufgehoben hab, ne? Alter, diese Ladezeit hier zwischen diesen Kisten. Ich entschuldige mich gar nicht bei dem. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur eine Energy getrunken. Nur eine. nicht mal. Ein halbes. ich will doch nur diese blöde Karte haben, Mann. Guck mal, wie viel, guck mal auf diese scheiß Taschenuhr, wie viel Zeit mich das gekostet hat. Ich hab heute echt für die Knapps gelohnt und selbst schuld an meinen Knieschmerzen. Ähm. Normalerweise würde ich da jetzt was zu sagen. Aber heute spare ich mir das mal. Ist die Zeit wichtig? Die Zeit ist in dem wichtig, dadurch, dass es einen Generator gibt, der mit Benzin gefüllt werden muss. Und nur dadurch hab ich hier überhaupt Strom. Beziehungsweise halt Diesel, ne? Und deswegen hab ich diese Taschenuhr dementsprechend darauf angepasst ist. Der schmeißt die Dose einfach weg! Weißt du eigentlich, was das für ein Lärm macht, Junge? Stopp, hier ist die Falle. Oh, ich lauf tatsächlich schneller, wenn ich geheilt bin. Ich mein, man hätte sich's ja denken können, ne? Aber... So, warte mal. Dafür brauch ich nen Code. Bla, bla, bla. Ach was, an die Granate komm ich dran. Mach keinen Scheiß. Was hab ich denn für krass lange Arme? Shit! Ich hab schon wieder diese dämliche Falle vergessen. Ich geh zurück und speicher. Eine Kugel hab ich noch. Ja, natürlich war das die von vorhin. Natürlich hab ich sie vergessen. Intelligent, wie ich war. Gott, damit mein Vater ruft an. Ich muss da gleich dran. Äh, bis gleich. Ich muss da grad dran. Du sagst es, Icarus. Ich hab den Strom angelassen. Nein! Nein! Und ich hab vorher gespeichert. Nein! Gott verdammt! Aber das Ding ist, ich hab sowieso keine Kombination übrig. Dammit. Ah, Scheibenkleister. Ah, Scheibenkleister. So, eigentlich müssen wir da runter und dahin. Für Sprengstoffumzünder. Ich frage mich, wofür die anderen Bereiche sind. Ich geh mal davon aus, die anderen Bereiche sind halt dazu da. Damit ich halt irgendwie an diese ganzen Marken komme für die Codes. Ach, Scheiße. Ich hab den verdammten Strom nicht ausgemacht. Ich hab mich eben gerade wieder in einen Rechner gesetzt und dachte mir, fuck. Hab ich, hab ich nicht. War ich hier? Ah ja, nein. Hier war einfach nichts. Hier ist einfach irgendeine dunkle Ecke. Die war auch einfach nur irgendeine dunkle Ecke. Ich glaub, diese dunklen Ecken Funkraum sind auch einfach nur dazu da, damit ich mich verstecken kann. Oh, Alter! Was ist das denn mit diesen Warum muss das ein extra Ladeabschnitt sein? Damit das Monster immer hinterherkommt? Ja, moin! Ich schwöre, ich war das nicht. why... Untertitelung. BR 2018